Hey Leute, wer kennt denn noch diesen alten Schnodder von 2011, also auch schon fast 10 Jahre her mittlerweile? Das habe ich heute wieder ausgegraben und ich kann mich noch sehr gut erinnern, das gab es damals auf allen möglichen Messen, Gartenbaummessen, Direktvertriebsmessen, meine Eltern haben mich überall hingeschleppt, ob ich wollte oder nicht. Und auch dieses Spiel wollte ich eigentlich nicht, bekommen habe ich es trotzdem, gespielt habe ich es nie, auch jetzt noch nicht. Es schaut zwar irgendwie interessant aus, aber das war es glaube ich auch wieder. Das ist jetzt die Game-Konsole und da ist auch alles dabei, glaube ich, da kannst du alle möglichen Zusatz-Sets extra dazu kaufen, ich glaube auch noch heute, also die Website und so, gibt es alles, wo du das bestellen kannst. Und da hast du alle möglichen Formen, die du nachbilden kannst, so wie Tetris, auch 3D-Formen. Ich werde es glaube ich auch in den nächsten 10 Jahren nicht spielen, da spiele ich lieber Candy Crush, wenn ich das ganz ehrlich sage. Interessant ist es auf jeden Fall. Wie findest du das? Kennt das wer? Spielt das wer? Oder es ist eher schon in Vergessenheit geraten?